eine stunde ist schon um, ich hatte Probleme mit den Tasten, bald ist es fertig ja, nie um eine Ausrede verlegen, mein Freund ähm, ich gehe jetzt mal zur Trollbrücke, ich weiß, ich hätte jetzt einfach nur den Bildschirm lang gehen müssen, aber so geht es noch ein Stück schneller hier drüben war ich jetzt glaube ich noch nicht man, da muss doch irgendwo sein, der Kerl oder war ich hier schon? ach nee, ich glaube der Bildschirm, der wurde ja mehrmals eingesetzt ach, Mensch nee, ich glaube, hier kommen wir jetzt einfach nur auf die Kreuzung nee Druide, wo bist du? mhm, blöd sehr blöd okay dann, verzweifelterweise Moment, ich gehe nochmal zum Hexenhäuschen und dann hier lang ach nee, Quatsch, da war ich ja schon, ne? komm raus und kämpfe! naja, bestimmt, gleich, geht gleich los ähm, ja, hier oben, schön, oder, außerhalb des Turms ähm, ich gehe nochmal, Zentrum des Waldes, wollte ich jetzt dahin? ja, natürlich, genau denn ich will nochmal verzweifelterweise in den Sumpf schauen vielleicht ist der Sumpflinger wieder da, man kann irgendwas mit ihm machen oder der Droide kriegt irgendwo rum wer weiß das schon okay ab durch die Höhle und rein in den Sumpf man, das mit den Druiden, das, das verwirrt mich gerade irgendwo muss er ja wirklich sein aber vielleicht ist er auch von Sordid gefangen genommen worden und krieg jetzt in seinem geh doch mal weiter geh weiter! und krieg jetzt in seinem Turm rum oder so vielleicht sollten wir einfach mal zu Sordid gehen der wird uns schon sagen, wo und was und wie okay hier ist ja auch nix gewesen, glaube ich, ne? das können wir nicht benehmen können wir den Sumpfentopf vielleicht löschen so wie wir es schon mal gemacht haben das geht doch so nicht schade und diese Kiste wolltest du auch nicht nehmen, glaube ich, ne? es ist eine Nummer zu groß für mich oder vielleicht sinnlos durch die Gegend schieben wer weiß, warum wir es denn bewegen nein ach Leute ich sollte öfter Sachen durch die Gegend schieben, glaube ich gut, gucken wir mal, was das ist aha dieses Brett ist los gut, dass wir hammer und nagel bereit haben jawohl, spitze das gefällt mir okay, wo kommen wir denn dahin? wo kommen wir denn dahin, wenn wir einfach irgendwelche Falltürme benutzen und dann irgendwelche Stege entlang schreiten Gucken wir mal. Ein schwirmschöner Schädel. Froschfluch, okay. Gucken wir es uns erst mal an. Nein, schau an. Die Schädelinsel. Aha. Und das da oben? Mensch, schau an. Froschfluch. Das sind spezielle Kräuter mit seltsamen Eigenschaften. Äh, mitnehmen geht nicht, oder? Doch, okay. Wir haben irgendeine Pflanze. Und der Name lässt mich verdammt stark vermuten, dass ich weiß, wofür die ist. Das sind spezielle Kräuter mit seltsamen Eigenschaften. Das Zeug heißt doch bestimmt nicht umsonst Froschfluche, oder? Das muss doch irgendwie mit den Druiden bestimmt zu tun haben. Okay, gehen wir wieder zurück. Jetzt haben wir, das ist ja auch toll, jetzt haben wir den, äh, den Druiden nicht gefunden, aber dafür irgendwas, was der Druide braucht, garantiert. So, darf es wieder gehen, Simon. Ne, 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 das sind Zustände hier. Okay. Jetzt brauchen wir bloß noch einen Druiden, damit er uns daraus was machen kann. Wobei natürlich immer noch die Möglichkeit besteht, na, hier wird er bestimmt nicht dann weiter sein, oder? Ich meine, der Kerl ist nackt. So, es sei denn, er hat zwischendurch sich irgendwie aus ein paar Blättern eine Toga gebastelt, oder sowas. Wo können wir denn noch hingehen? Gehen wir mal hier runter. Hier bin ich, glaube ich, noch nicht lang, oder? Das kommt mir zumindest nicht bekannt vor jetzt aus den letzten paar Spielminuten. Ach, hier sind die Holzwürmer. Verdammt. Okay, gehen wir mal nach links, vielleicht dort irgendwo. Vielleicht ist er auch gleich am Dorf ausgegangen, das wäre ja auch spitze. Der Baum ist auch in unglaublicher Nutzlosigkeit hier am Rumliegen. Ja, gucken wir uns noch mal ein bisschen die Welt an, ne? Die anderen Wege hatten wir ja alle schon so weit abgegrast. Gucken wir noch mal hier beim Dorf. Ne, natürlich nicht. Okay, ist jetzt egal. Ich gehe jetzt zur Sorte Zestung. Mal sehen, ob wir da irgendwie weiterkommen. So, benutze Besen. Ja, schön. Sehr erfolgreich, ja. Gut gemacht, Simon. Da habe ich wohl etwas zu viel Gas gegeben. Ach, Quatsch. Gut, kannst du die Tür denn öffnen? Ich vermute ja mal nicht. Die sind magisch und physikalisch versiegelt. Natürlich, natürlich. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Ich hoffe, ich muss ja nicht pixelgenau irgendwas suchen. Das wäre natürlich dämlich. Das hier sieht irgendwie auch verdächtig aus, aber scheint nichts zu sein. Gut. Hier ist bloß Tür. Können wir hier rumgehen? Ne, ne? Kannst du hier irgendwas machen, Simon? Du musst doch zu irgendwas nütze sein. Mit der Tür können wir nichts... Können wir die Tür vielleicht aufzaubern? Jetzt habe ich endlich mein Zauberbuch wieder. Äh, verdammt. Das gibt's doch nicht. Jetzt sind wir schon so weit gekommen und jetzt komme ich nicht weiter hier. Haben wir irgendeine Ritze, durch die wir uns quetschen können? Wenn wir hier den Dünnmachtzauber vielleicht brauchen, könnte ja sein. Ich weiß ja nicht. Okay, äh... Tja. Sieht nicht so aus. Simon lässt nichts mit sich machen. Wir haben nur die Tür. Und wir müssen einen Druiden finden. Oh, Mann. Okay. Wir brauchen den Druiden. Ich hab's bald befürchtet. Karte. Ich war doch schon überall. Wo kann ich denn noch hingehen? Nochmal hier hin. Ach, Mensch. Aber direkt hier bei der Gobbo-Feste ist er auch nicht mehr, oder? Das hätte ich, glaube ich, mitgekriegt, wenn er da noch wäre. Geh mal. Ne, hier natürlich nicht. Und drinnen wird er sich wohl auch nicht aufhalten, nehme ich mal so an. Das wäre irgendwie etwas sehr merkwürdig. Gut, hier ist uns nichts mehr. Magst du noch mal in die eiserne Jungfrau gehen? Ich glaube, wir sollten nichts überstürzen. Schade. Okay, ja, hier ist ansonsten auch nichts mehr. Ich gehe hier nicht raus ohne den Ring. Ach, Mensch. Okay, äh... Tja, was machen wir dann? Ich hab keine Ahnung. Ich hab wirklich keine Ahnung. Magst du noch mal ein Pfefferminz essen? Kann ja nicht schaden. Mit denen warte ich besser, bis mir so richtig kalt ist. Okay. Das ist ja auch ein super Hinweis eigentlich gewesen. Also hätte man auch drauf kommen können, wenn man das so hätte, äh, angewendet oder so. Die Streichhölzer haben wir auch noch nicht einmal verwendet, oder? In der ganzen Geschichte nicht. Genauso wie den Keil. Aber gut, der Keil, den haben wir hauptsächlich deshalb weggezogen, damit wir durch die Tür kommen und wieder flüchten können. Aber die Streichhölzer, die sind wirklich seit einer halben Ewigkeit in völliger Nutzlosigkeit in unserem Inventar. Alles andere wurde schon irgendwie mal benutzt, aber die Streichhölzer nicht. So, äh... Was wollte ich gerade? Irgendwas wollte ich gerade machen, ich hab's vergessen. Achso, ich wollte zählen, wie viel Geld wir haben. Elf Goldstücke. Gut, brauchen wir aber auch nicht mehr, von daher auch egal. Tja, wo gehen wir hin? Wir brauchen einen Druiden. Und ich bin gerade sehr, sehr stark geneigt, einfach mal irgendwo nachzuschauen, wo der Druide ist, damit ich das jetzt hier nicht unendlich in die Länge ziehe. Ich würde auch nichts anderes nachschauen, aber ich hab jetzt keine Lust hier überall, äh, rumzurennen und den Druiden zu suchen. Und dann steht er irgendwo vollkommen andersrum, oder ist vielleicht doch nicht da. Ja, deswegen werde ich jetzt nochmal kurz in völliger Verzweiflung hier rumrennen. Und wenn ich ihn nicht... Nein, hier war ja der Steintisch, okay. Wisst ihr was? Ich, ich schaue jetzt mal nach. Ich, äh, speichere mal. Nein, nicht da, sondern hier. Wieder drüber, genau. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich dann endlich weiß, wo der Druide ist, weil ich nachgeschaut hab. Es ist traurig, ich weiß, aber ich schaue mal nach. Bis gleich. Es kann weitergehen, liebe Freunde. Ich saß gerade nur da und schrie. Ah, ernsthaft, denn wir müssen tatsächlich hier ins Dorf. Der Kerl kriegt nirgendwo im Wald rum, sondern... Wir gehen ins Dorf. Und wir gehen mal... Halt, nein. Doch. Geh mal bitte durch. Wir gehen hier durch. Und dann gehen wir nach links. Denn unser Freund, der Druide, der hat natürlich mit Kräutern zu tun. Und wo ist jemand, der mit Kräutern zu tun hat? In der Apotheke. Hätte man auch von alleine drauf kommen können. Okay. Jetzt muss ich zu meiner Schande halt verbuchen, dass ich bei einem Adventure nachgeschaut hab. Der Apotheker-Taverne. Ihre Nummer eins für Liebestränke, Allheilmittel und Trä... Oh, du bist es. Hallo. Schön, da ist er also. Jetzt wissen wir auch, wem die Hütte hier gehört. Ich hatte mich ja schon gewundert damals, als wir hier waren. Alles klar. Ich dachte, ich schau eben mal rein. Wie wär's mit ein paar kostenlosen Tränken als Dank für meine Rettung? Oh, sehr gerne, sehr gerne. Das wäre nett, doch. Okay. Ich habe einen ganz besonderen Trank für dich vorbereitet. Es ist aber ein Sammlerstück und du darfst ihn nur im äußersten Notfall benutzen. Natürlich, natürlich, doch. Was genau bewirkt er? Ich weiß nicht. Er kommt aus einer anderen Dimension. Und einer meiner Kollegen hat ihn mir mitgebracht. Er ist inzwischen pensioniert worden, der Arme. Er kam zurück und erzählte nur noch von Hasen und Tee-Partys und solchem Zeug. Sehr seltsame Angelegenheit. Ich nehm's. Eine Bedingung hätte ich aber noch. Hasen und Tee-Partys, ernsthaft? Ihr habt eine Anleihe an Alice im Wunderland hier mit eingebaut? Ist ja nicht euer Ernst. Okay, ich habe mich schon gewundert, wie ein Druide pensioniert werden kann. Ich meine, die können ja schlecht zu alt werden eigentlich. Aber gut, wenn er durchgedreht ist und nur noch von Alice im Wunderland redet, dann okay. Aha, das übliche Kleingedruckte. Wenn du den Trank haben willst, musst du mir erst etwas besorgen. Ich brauche ein bestimmtes Kraut, um meinen Zustand als Frosch kontrollieren zu können. Es heißt Froschfluch. Meine Quellen besagen, dass es nur an einem Ort namens Schädelinsel gefunden werden kann. Wenn du es findest, kannst du den Trank haben. Haben wir einen? Ja, den haben wir, kleiner Quarker. Ähm, gut, dass wir das schon haben jetzt. Ich hätte es wahrscheinlich ewig danach gesucht und wäre nie drauf gekommen. Ähm, gib den Froschfluch an den Frosch. Sehr gut, sehr gut. Hol's, Froschchen! Sehr gut, sehr gut. Wir haben unseren Droiden versorgt und wir haben einen Trank erhalten. Das lief ja richtig gut jetzt. Ähm, ich fand den sehr süß, ehrlich gesagt, als Frosch. Also mir hat der Gefallen als Frosch. Da steht, trink mich drauf. Ja, er ist im Unterland, lässt grüßen. Nur, dass wir dort klein gemacht wurden und von der Eule klein ist das so, als ob wir mit dem hier schmal gemacht werden. Ja, wir gehen nochmal hin zu Sorte Zesson jetzt. Vielleicht kommen wir ja jetzt endlich weiter. Ich hoffe es ja, ganz ehrlich. Benutzt nochmal den Besen. Bum, 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 bum. Nichts dazugelernt. Okay. Sind wir also auf der anderen Seite. Da habe ich wohl etwas zu viel Gas gegeben. Meinst du? Okay. Ähm, verzehre, verzehre, verzehre den Trunk. Okay. 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 Okay.